Team Deathmatch Team Deathmatch Drohne verfügbar für Aufgaben Vorräte bereit Dronenperimeter eingerichtet auf 10.000 Fuß. Dronenmissionszeit bei 50 Prozent. Viper 5-7 auf Position und bereit zum Kampf. Verkleindlicher Taktik-Einstiegswerker online. Erleitet Schaden. Erleitet Schaden. Erleitet Schaden. Ohne verfügbar für Aufgaben Vorräte überrascht Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation Drohnenmissionszeit bei 50%. Drohnenmissionszeit mit der Drohnen-Einsatz. Drohnenmissionszeit mit der Drohnen-Einsatz. Drohnenmissionszeit mit der Drohnen-Einsatz. Feindlicher Taktikeinstiegsmarker online. Drohnenmiss enemies. Und jetzt отдельk Advance. Ah! Kommando, eine Drohne starten. Der Preis dürfte an euch gehen. Ein feindlicher Hacker versucht durch unsere Systeme zu brechen. Unsere Drohne wurde gehackt. Gehe! Scheiße! Ein neuer Tag, ein neuer Dollar.